Dann kommen wir zu § 87, Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen. Die Fraktion DIE LINKE hat mir mitgeteilt, dass sie einige Beschlussempfehlungen getrennt abgestimmt haben möchte. Die sind im Einzelnen § 22, 39 zu 20 und dann als Blockabstimmung die Beschlussempfehlungen 26, 10, 20, 26, 20, 20, 26, 70, 20, 26, 87, 20, 26, 28, 20, 27, 56 und 27, 70, 20. Das können wir dann am Block machen. Ich lasse zuerst über die Beschlussempfehlung 22, 39 aus 20 abstimmen. Wer ist für die Beschlussempfehlung? Das ist CDU, SPD, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN, die AfD, die FDP, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Das sind die LINKEN. Dann ist die Beschlussempfehlung beschlossen. Jetzt rufe ich auf die Beschlussempfehlungen, die ich soeben zitiert habe. Wer seine Zustimmung gibt, bitte schon mal das Handzeichen. CDU, SPD, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN, die FDP, die AfD, der Kollege Kahnt. Und wer ist dagegen? Die LINKEN. Damit sind diese Beschlussempfehlungen beschlossen. Hem. Vielen Dank.